Okay, steigen wir ein. Okay. Jan. Grüß Nadine. Du warst ein toller Bruder. Sie haben dann einmal das Recht zu schweigen, das Recht auf eine Rechtsvertretung ab 30 Haft einhalten und das Recht sich selber zu vertreten. Muss man nicht unbedingt können. Ich sag nur Dirk. Der Präsident hinterher. Nadine, da ist der Präsident drin. Es gibt einen Präsident. Genau, er kommt. Er ist durchs Fenster geportet, Stella. Wie sieht's aus bei euch im Krankenhaus? Meine Fresse. Die Zammel ist alles ruhig. Oh, Bauarbeiten mit Presslufthammern. Bauarbeiten gibt's nebenan. Die Nachbarn sind ein bisschen am Rohr verlegen. Eine Haftversuchung reinzubekommen. Wurde wieder... Abgelassen. Oh, das ist das... Das sieht gar nicht gut aus. Wo haben sie denn Schmerzen? Das sieht nicht gut aus. Hallo? Wie sieht die Kute aus? Hallo? Ja, warum haben sie denn Schmerzen? Sie hat Vertrauenser weg. Wie sieht die Kute aus? Der Arm ist ab, ja. Na ja, also beide Beine geworfen, beide Arme. Ich glaube ein bisschen einschläfern direkt vor. Die ist sehr stabil, ja. Kann man die runterspringen? Ja, aussiegelig ist... Ja. Hallo Nadine. Ja, die beim Telefon bleiben. Meinst du sicherer? So, jetzt habe ich ein bisschen Angst um dich. Ja, das kam plötzlich. Also, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Als... Als künftig ist gut. Hä? Was ist das denn? 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 Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Oh, nicht schon wieder. Nein! Was ist denn denn? Klipp! Das ist ein Koma. Das steigt... Voll, ja. Das steigt der aus. Das steigt der aus. Horrib. Ja, darf ich das... Darf ich das meinen Leuten erst mal kurz sagen, bitte? Nee, da gehen jetzt meine Kollegen hin. Sie sind jetzt... Also, einmal umgeregt. Ich war doch... Ich war doch gar nicht dabei. Einmal umgeregt. Ja, wir tun jetzt alle erst mal festsetzen. Dann klären wir das und dann... Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort. Ja, ich leg ihn einmal die Handschellen an. Schlagen Sie ein! Schlagen Sie doch ein! Ja, dann warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten Sie! Vor, 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 schnell! Ah, er sitzt! Sitz! Ja, aber kann man die Zombies töten? Nee! Nee! Sorry! Wo kommt der denn her?! Nein! Ihr müsst mal mit der Taschenlampe Richtung Balkan leuchten, die Wand ist komplett durchlöchert. Ach du Scheiße! Ja, ich hab keine Tatsache! Ich hab keine Tatsache! Das ist in der Schweiz aber für den Chef! Er ist auch gescheißig! Ja, das ist ja wirklich die Hoffnung, dass gleich ein Preis zu geben gibt. In KH1! Oh! Oh! Oh nein! Wir haben überlebt! Ey, das passt gerade! Oh! 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 Oh socially vorne, Sassi, ne! Gut, dass, ja! Das war ein Vorführeffekte! Ach, ich seh' sogar vor vorgeführt! Das war's, Alter, wenn die fliegt, die ist lebensmüde, ist die. Ah, Hilfe! Was macht ihr? Das ist Ärger. Julian! Warum ist meine Julian? Hä, was? Die Insel hat ich gerade. Ah. Ah, Rippen, tot. Was denn? Siehst du da hinten nicht den NR fliegen? Wo? Liegt da nicht. Oh, wer war das? Oh Gott. Ja, der liegt. Der liegt. Oh mein Gott. So der Herr. Haben sie sowas schon mal hier mitgemacht? Nee. So am besten setzt sich einmal drauf, ziehen sich einmal komplett, bitte einmal aus. Das mach ich nicht. Ich hab Kopfschmerzen. Scheiß mal raus, ich sprung. Nein, scheiß. Williams. Hey. Und. Ich bin. Hu. Schlag. igon. Ich bin. Ich bin. 年. Geez. bit. Vielen Dank.